Ich habe einen etwas besonderen Spieler auf meinem Minecraft City Build Server entdeckt, denn er schenkte neuen Spielern immer wieder wertvolle Items. Als ich ihn jedoch eine Weile beobachtete, sah ich nur, wie er sich zu einem neuen Spieler teleportierte und dieser ihn mit einer TPA-Falle scammte. Da ich solche Spieler aber ungern auf meinen Server verlieren möchte, habe ich mir folgendes für ihn überlegt und du kannst mir dabei helfen. Pro Like spawnt automatisch ein Beacon in dieser Kiste und pro Follow erhält ihr jeweils den Blog, den der Top-Kommentar vorschlägt. Der Server ist ja von Bedrock, folge für mehr.